Willkommen zum vierten Video in der Serie RAW Entwicklung mit SPP. In diesem Video beschreibe ich anhand einiger Beispiele die Bearbeitung und Speicherung eines schwarz-weiß Bildes in SPP. Dieses Video setzt voraus, dass man mit der Bearbeitung eines farbigen Bildes in SPP vertraut ist. In den ersten drei Videos habe ich erklärt, wie es bei uns bei der Entwicklung einer X3F Datei in SPP nicht darum geht, ein fertig bearbeitetes Bild zu erzielen, sondern darum, das beste Ergebnis zu erreichen, welches einen guten Startpunkt liefert, um dem Bild in einem weiteren Bearbeitungsprogramm den letzten Feinschliff zu verleihen. Hier bei der Bearbeitung eines schwarz-weiß Bildes kann jedoch das gewünschte Endergebnis durchaus in SPP erzielt werden und eine Nachbearbeitung in einem anderen Programm möglicherweise nur notwendig sein, um lokale Korrektoren vorzunehmen. Wenn das gewünschte Bild zum ersten Mal in der schwarz-weiß Bildbearbeitungsoberfläche geöffnet wird, über Bild überprüfen Monochrom, muss man ein paar Sekunden warten, bis die zuletzt benützten Einstellungen in SPP auf das Bild berechnet werden. Wenn man aber vorher weiß, dass diese Einstellungen nicht passend sind, kann man schon sofort, sozusagen als Start, während gerechnet wird, bei Tonwertkorrektoren, Farbmischer und Tonwertanpassungen auf Rücksetzen klicken. Des Weiteren prüfe ich, dass bei Filmkornung und Schattierungseffekt kein Häckchen bei An zu finden ist und zum Schluss, dass die Luminance-Rauschunterdruckung links gesetzt ist. Für ein SDQ oder SDQ-H Bild ist der Detailregler aktiv und sollte zentriert werden. Wenn diese Umrechnung fertig ist, stellen sich genauso wie mit der Bearbeitung eines farbigen Bildes gleich die ersten Fragen. Wie sieht das Bild aus? Und insbesondere die wichtigste Frage, wo möchte man mit dem Bild hin? In diesen Punkten ein klares Konzept zu haben, hilft enorm bei der weiteren Bearbeitung. Mit diesem ersten Bild will ich eine coole, saubere, kontrastreiche Bearbeitung, welche die Details gut hervorhebt. Wie bei einem farbigen Bild zuerst die Tonwertkorrektoren. Hier wird Belichtung, Kontrast und Fill Light zusammen eingesetzt, um die Kontraste zu erhöhen und bei diesem Motiv ein gut verteiltes Histogramm zu erzeugen. Wie Ihnen schon bekannt ist, die Bewegung des Fill Light Reglers nach rechts hält nicht nur den Schattenbereich auf, sondern erhöht auch den Mikro-Kontrast, was für dieses Bild auch gewünscht ist. Da Luminance-Rausch in einem schwarz-white Bild oft durchaus gewünscht ist und sogar oft als künstliche Filmkornung dazu addiert wird, wie in SPP mit den Kontrollelementen hier oben links, aber mehr dazu später, können etwas drastische Bewegungen des Tonwertregels toleriert werden und damit interessante Effekte erzielt werden. Ein Blick bei 100% Ansicht ist aber trotzdem empfehlenswert, um die Auswirkung richtig zu beurteilen. Wobei im Hinterkopf zu behalten ist, dass sogenanntes Pixel-Peeping bei 100% wenig mit der Wirkung eines Bildes zu tun hat, wie es später als eine echte, reproduzierte Fotografie wirken würde. Den Farbmischer werden wir erst mit einem anderen Bild anschauen, da dieses Bild auch als ein farbiges Bild relativ neutral ist und daher dieses Kontrollelement wenig Wirkung zeigt. Da ich ein sauberes Bild haben will, verleihe ich hier auch keine Filmkornung und, um Details zu maximieren, bleibt die Luminance-Rauschreduzierung links. Für dieses Bild ist eine Schattierung, das heißt Vignettierung auch nicht besonders passend und wird deshalb auch nicht gemacht. Das schwarz-weiß Bild ist in SPP ein AGB-Bild und wird als ein AGB-TIFF am Ende gespeichert. Das bedeutet, dass man dem Bild innerhalb SPP durchaus eine leichte Tönung verleihen kann. Bei der Tonwirt-Anpassung will ich dem Bild einen leichten, coolen Ton verleihen. Ich kann einen Ton aus dem Menü auswählen. Rot, Warmton, Sepia, Grün, Grün-Blau, Blau, Kalbton, Blau-Violett, Violett, BMW ist gleich neutral und Manual. Der entsprechende Beitrag der Farbkanäle wird angezeigt und der Punkt in dem Farbkreis bewegt. Ich kann aber den Punkt per Klickentrag auch neu setzen, beziehungsweise mit dem Tastaturpfeilen bewegen. In diesen Fällen wechselt das Menü automatisch auf Manual. Ein subtiles 3C, entspricht 3 Punkte Cyan, gefällt mir her. Ein Blick bei 100% zeigt, dass die Qualität der Datei gut genug ist, dass der Detailregler auch einmal Richtung stark bewegt werden kann. Und wenn das Rechnung fertig ist, staunt man über den Totalreichtum des Bildes. Und man weiß, wieso man eine Sigma Kamera gekauft hat. Der Foveon Sensor ist einfach Hammer. Speichern, hier Originalgröße und TIF 16 Bit. Der Farbraum ist hier ziemlich egal und es kann hier ruhig sRGB gewählt werden. Dieses Bild ist schon einmal als ein farbiges Bild bearbeitet worden und die Rohreinstellungen wurden mitgespeichert, weshalb hier der Anpassungsmodus aktiv ist. Wenn ich es mit G1 lassen würde, wird die gespeicherte Einstellung des farbigen Bildes überschrieben. Wenn ich, wie jetzt, G2 wähle, speichere ich die Schwarzweiß-Einstellungen getrennt. Mit dem nächsten Bild aus Paris kann ich die Auswirkung des Farbmischers zeigen, da man hier einen blauen Himmel und gelbe Gebäude hat und diese Farbkombination sich sehr gut eignet, um das zu erklären. Da jedes Pixel eines Foveon Centers jede Farbe wahrnimmt, können für jedes Pixel die Farbkanäle unabhängig voneinander reguliert oder neu gemischt werden. Genau das macht der Farbmischer. Nun als schwarz-weiß Bild ist es die Summe der Luminanz der entsprechenden Farben, die man dann als Endergebnis für irgendein Pixel sieht. Die Folge davon ist, dass man durch die Bewegung des Farbmischers die relative Luminanz unterschiedlicher Bildteile endet, je nach originale Farbe. Früher, bei der Schwarz-Weiß-Analog-Fotografie, hat man die gleichen Auswirkungen erzielt, indem man farbige Filter eingesetzt hat. Eine grobe Grundregel des Farbmischers ist, die gleiche Farbe wird heller und die gegenteilige Farbe dunkler. Hier ist ein Beispiel, genauso wie mit einem Rotfilter. Wenn ich den Farbmischer Richtung Rot bewege, wird das braun-gelbe Gebäude heller und der blaue Himmel dunkler. Kontrastreicher und die leichten Wolkenstrukturen lassen sich besser erkennen. In Richtung Blau endet es sich. Jetzt wird das Gebäude deutlich dunkler und der Himmel viel heller. Und mit diesem Bild Richtung Grün heißt, dass der Himmel und das Gebäude ausgeglichener sind. Hier ein drittes Bild. Inis in Paris. Da habe ich eine sehr kontrastreiche Bearbeitung gewählt und über den Farbmischer so eingestellt, als ob ich einen Orangefilter eingesetzt hätte. Jetzt möchte ich aber dem Bild ein gewisses Filmgefühl verleihen. Und hier kommt Filmkönung und Schattierung ins Spiel. Bei der Filmkönung kann man sowohl die Korngröße als auch die Grobheit der Könung beeinflussen. Eine 50% Ansicht ist nicht schlecht, um die zu beurteilen und auf alle Fälle empfehlenswert, um die Auswirkungen der Grobheit besser einzuschätzen. Hier ist die Könung schön zu sehen, aber nicht so stark. Zuletzt etwas Schattierung, das heißt Wignetierung. Hier kann Stärke und Radius eingestellt werden. Je kleiner der Radius, das heißt Radiusregler links, desto mehr Wignetierung ist zu sehen. Die Wignetierung wird beim nach Rechtschieben des Korrekturstärkereglers auch verstärkt, was ich für dieses Bild auch haben will. Fertig. Viel Glück und viel Spaß mit Ihrer Sigma Kamera.